Deutsche Pokal, erste Runde, Sonntag, 13.09.2020, 15.30 Uhr, 4 zu 5. Das Lautern, Aftur Spahig, Dominik Schatt, Startelf, Davies, Aftur Spahig, Dominik Schatt, Tim Ritter, Adam Hosek, Kevin Krauss, Carlo Schicknicker, Hikmet Schiftri, Janik Bachmann, Elias Huth, Henrik Zuck, Lukas Rössler, Resvere Bank, Anil Dian, Jonas Schulz, Alexander Winder, Anna Rees, Eckhardt, Marco Rab, Philipp Hecher, Mohamed Mohamed, Martin Burry, Simon Skagatis, Jan Regensburg, Alexander Mayer, Jan Evit, Sebastian Naschier, Oliver Hein, Erik Wicke Serch, Oliver Hein, Erik Wicke Serch, von der 5 um 7 5 autourbetten 14.00 an. Seid 2 bis 7剎, 1 bis 8 4.00 h, 1 bis 8 4.00 h, 1 bis 8,00 h, 1 bis 10.00 h, 1 bis 9.00 h, 1 bis 8,00 h, 1 bis 8,00 h, 1 bis 9.00 h, 1 bis 8,00 h, 1 bis 9.00 h, 1 bis 9,00 h, 1 bis 10.00 h, 1 bis 9, Krasis, Startelf, Kahn, Kaliniach, Resverbank, Mikulaos, Niening, Alexander Windiger, Brom, Heinz Boulin, Jan, Merck, Schindler, Markus, Pialio 6, Tom, Park, Trikot Nr. 20, Friedricho B. Pialios, Henri Becker, Elias, Heinzik, Uhrzeit 8.05 Uhr.